Hallo, mein Name ist Jutta Eckstein und ich freue mich riesig, dieses Jahr auf der Tools for Agile Teams als Kino-Sprecherin dabei zu sein. Die Anforderungen an agile Teams sind hoch und vielfältig. Und dennoch, ich bin der Überzeugung, dass die wichtigste Aufgabe agiler Teams heutzutage ist, in und mit agiler Entwicklung für größere Nachhaltigkeit zu sorgen. Wie das direkt in der Produktentwicklung funktionieren kann, das ist genau mein Thema. Ich hoffe, du bist dabei auf der diesjährigen Tools for Agile Teams. Vielen Dank.